Lisa liebt Pferde und alles, was mit Pferden zu tun hat. Sie liebt es zu reiten und die Zeit mit dem Pferd zu verbringen, im Reitsportgeschäft nach den neuesten Produkten zu stöbern oder in Pferdebüchern zu schmökern und sich immer mit den neuesten Informationen zu versorgen. Leider trifft Lisa ihre Vorbilder im Reiten nur in den Büchern und verbringt immer viel zu viel Zeit im Reitsportgeschäft. Sie wünscht sich nur einmal, ihre Vorbilder des Reitens persönlich kennenzulernen, ihnen Fragen stellen zu können und zu erfahren, was sie bewegt und wie sie ihren eigenen Reitstil verbessern könnte. Sie möchte den ganzen Tag in Reitsportartikeln stöbern können und eine große Auswahl an verschiedenen Produkten untereinander vergleichen. Wo könnte sie das besser als auf der Expo Horse in Zürich? Auf der Expo Horse bist auch du herzlich willkommen. Die Pferdemesse findet seit 2016 jedes Jahr statt. Sie ist die einzige reine Pferdemesse in der Schweiz und bietet ein umfangreiches Programm für alle Pferde-Enthusiasten. Du kannst dich dort über alle Themen rund um den Pferdesport informieren und Wissen auftanken, in familiäre Atmosphäre interessante Kontakte knüpfen und nach Herzenslust einkaufen. Auf der Messe treffen sich Cowboys, Springreiter, Freizeitreiter oder auch Dressurreiter, wie auch Fahrer von Pferdekutschen. Alle inspirieren sich gegenseitig und hören sich Vorträge von hochspezialisierten Top-Referenten an und nehmen viele neue Eindrücke, Ideen und Wissen mit nach Hause. Während dieses Expertenwissen in der Regel sehr teuer ist, sind die Vorträge im Forum der Expo Horse im Eintrittspreis inbegriffen. Lass dir diese Chance nicht entgehen und komm zur Expo Horse. Wenn du dir neues Reizzubehör kaufen möchtest, bist du auf der Messe goldrichtig. Das Angebot an hochwertigem Zubehör für den Pferdesport ist groß. Ideal für ein vorweihnachtliches Shopping. Komm zur Expo Horse und lass dich inspirieren und begeistern. Hol dir noch heute dein Ticket und komm auf die Expo Horse 2018.